Musik Wir sind jetzt hier bei Goliath und der sieht ja ganz süß aus. Ja, das sind Feisty Pads. Feisty Pads sind quasi die Bad Boys unter den Plüschtieren, denn auf Knopfdruck können sie ihre Stimmung ändern und Zähne zeigen. Da hast du jetzt einen in der Hand. Genau, das ist jetzt noch ein niedliches Häschen, aber wenn ich hier drücke, dann zeigt das niedliche Häschen plötzlich Zähne und sieht nicht mehr so nett aus. Und das sieht man ja im Hintergrund auch, die Werbung, das wird ja ziemlich gehypt. Ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Trendprodukt, wo es Spaß macht, wo man eben auch mal den kleinen oder großen Bruder erschrecken kann. Ja, es ist auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall. Vielen Dank.